Was geht ab Freunde? Herzlich Willkommen zu einem neuen Update-Video und auch nochmal ein frohes neues Jahr an alle, die gestern noch nicht eingeschaltet haben, was ich natürlich absolut verstehe. Ich war gestern auch noch nicht wirklich fit. Aber gut, Bitcoin momentan bei ungefähr 16.700 US-Dollar. Wir haben unseren Take Profit 1 mittlerweile erreicht, endlich mal nach gefühlt auch zwei Wochen. Wie es jetzt weitergeht, das schauen wir uns auf jeden Fall im heutigen Update-Video an. Doch bevor wir starten, gerne dem Video ein Like da lassen, abonniert den Kanal und kommt auf jeden Fall in die kostenlose Talk- und Signalgrube, damit ihr keine Trades mehr, die jetzt in den nächsten Tagen folgen werden oder generell immer verpassen werdet. Deswegen gerne reinscheuen und damit genug Eigenwerbung gemacht. Momentan, wie gesagt, traden wir bei ungefähr 16.700 US-Dollar. Wie gesagt, wir haben es endlich mal geschafft, unseren Take Profit 1 bei 16.700 US-Dollar zu knacken. Wir schauen uns das Ganze mal auf dem 1-Stunden-Chart an, wie das da aussieht. Nachdem wir hier in dieser 1-Stunden die Mahnzone und den Vektor hier abgeholt haben, ging es ein bisschen nach oben. Wir sind uns aber wieder genau da wieder rejected worden, wo wir die letzten Tage auch immer rejected worden sind. Denn die 16.770 US-Dollar ist einfach eine heavy Marke. Wir sehen hier drüben, wo wir relativ viel Support hatten und immer wieder aufgekauft wurden. Und seitdem wir eben hier drunter sind unter dieser 16.770 Marke, kommen wir einfach nicht mehr drüber und werden immer wieder rejected. Und das ist eben so diese Marke, wo ich gesagt habe, okay, da möchte ich meinen ersten Take Profit reinsetzen oder unseren Take Profit reinsetzen. Einfach, damit wir hier endlich mal abgeholt werden und zumindest mal leichte Profite nehmen können. Aber wie gesagt, wir haben es noch nicht mit einem 4-Stunden-Close da drüber geschafft. Und das ist eigentlich so das Hauptding, was wir eigentlich machen müssen. Wir brauchen einen 4-Stunden-Close mindestens da drüber. Und bis jetzt schaffen wir immer nur diese Wix. Und das ist natürlich, das wollen wir nicht. Wir wollen gescheite Setups beziehungsweise auch einen gescheiten Pump da drüber. So, wenn wir es jetzt wirklich darüber schaffen sollten, wonach es momentan eigentlich meines Erachtens nach relativ gut aussieht. Wir hatten schöne Push-Ziehe gehabt. Wir blicken ganz kurz mal auf die Vector-Cants beziehungsweise auf unsere Psi-Range. Da sind wir schön nach oben hin ausgebrochen. Da haben wir ja gestern drüber gesprochen. Okay, wir achten da drauf. Wie brechen wir aus? Wir sind mit Vektoren ausgebrochen. Wir hatten nochmal einen schönen Retest auch wieder mit einer roten Vector-Candle. Und danach hatten wir bis jetzt schon zwei Pumps gehabt. So, also schon mal gutes Psi-Range-Breakout, was wir hier hingelegt haben. Aber Volumen ist halt ein bisschen Mangelware immer noch. Muss man auch ganz ehrlich dazu sagen. Wir haben jetzt hier jetzt die zwei Push mit ordentlich Volumen. Jetzt wieder so eine kleine Gegenkorrektur. Die könnte uns zumindest hier nochmal in diesen kleinen Order-Block bei ungefähr 16.630 US-Dollar bringen. Ich bin trotzdem davon überzeugt, dass es momentan zumindest oben deutlich mehr zu fischen gibt. Wir haben ja Ethereum, schauen wir uns gleich nochmal dazu an. Da gibt es nämlich noch viel, viel mehr zu fischen. Aber das spricht momentan eher dafür, dass wir zumindest mal in diesen Bereich der 17.000 bzw. 17.300 US-Dollar kommen. Und wir befinden uns jetzt so langsam aber sicher auch an einem kritischen Punkt. Und zwar, ihr kennt ja alle dieses Falling Wedge. Das ist diese gelbe Linie, was wir hier schon seit Ewigkeiten eingezeichnet haben. Und bei 17.300 US-Dollar befindet sich auch diese Marke, wo wir einen Breakout erwarten könnten. Deswegen wird hier extrem spannend werden, ob wir hier wirklich nachhaltig drüber kommen. Wir haben noch unser Golden Pocket hier eingezeichnet. Das liegt bei 17.600 US-Dollar. Könnte da natürlich drauf hindeuten. Sollten wir hier wirklich ein schönes Breakout sehen, dass es dann ein Fakeout wird. Und wir dann nochmal einen deutlichen Satz nach unten hin machen. Die 14.000 US-Dollar oder 15.000 US-Dollar sind meines Erachtens nach immer noch nicht raus. Also darauf müssen wir uns immer noch gefasst machen. Trotzdem, kurzfristig sehe ich jetzt erstmal die Chance, dass wir hier einen schönen Pump in Richtung 17.000 bis 17.300 US-Dollar sehen. Dort sind auch unsere zwei Take Profits da noch. Also der eine ist bei 16.900, habe ich glaube ich eingegeben. Und der andere ist bei 17.250 für alle schon mal, die auf den dritten Take Profit dann warten. Hat auch den Sinn hier. Wir haben hier noch so eine kleine Ineffizienz, die sollte noch gefüllt werden bei 17.260. Und dann hätten wir drei Take Profits. Und ich orientiere mich hier dann so langsam aber Richtung wieder in Richtung Short. Und da werde ich auch noch ein kleines Signal dann in die Gruppe posten. Ich bin nur noch gerade am switchen, wo wir das genau setzen, ob wir das schon genau hier bei diesen 17.260, wo unser dritter Take Profit ist, schon setzen. Oder doch hier aufs Golden Pocket spekulieren. Wobei das hier oben dann schon wieder so ein bisschen, da würde jeder gerne Short, vielleicht kriegen wir dann auch einen größeren Pump. Da müssen wir ein bisschen drauf aufpassen. Aber momentan sieht es zumindest ganz gut aus, dass wir jetzt, wenn wir jetzt hier nochmal so einen kleinen Rücksetzer eben hier sehen, entweder in diesen 1-Stunden-Order-Block. Wir ziehen nochmal ganz kurz zur Sicherheit hier nochmal das FIP-Level oder bis maximal 16.480 US-Dollar. Oder da liegt dann unser nächstes Golden Pocket. Also müssen wir jetzt mal gucken, entweder hält der Order-Block hier Stand oder wir gehen runter in Richtung Golden Pocket. Aber dann wäre auf jeden Fall der Weg, dass wir hier zumindest die 17.070 US-Dollar anpeilen. Da haben wir noch einen Wig zu füllen. Da liegt eine Menge Volumen. Das wäre so unser erster Ankerpunkt. Und ansonsten brechen wir den, geht es relativ flott in Richtung 17.280 US-Dollar. Gut, dann der Blick zu Ethereum. Hier haben wir mal wieder Take Profit 2 erreicht. Ethereum habe ich ja gerade eben schon mal angedeutet. Gibt es deutlich mehr zu holen meines Erachtens nach. Wir haben hier oben noch sehr, sehr viel Liquidität liegen. Wir haben jetzt die Zone schon drei, vier, fünfmal angetestet. Diese 1.230 US-Dollar nochmal möchte ich hier nicht short gehen. Ich habe es ja vorhin schon in die Telegram-Gruppe reingepostet. Mein Ziel sind vorerst die 1.250 bis ungefähr 1.275 US-Dollar. Das sind die Zonen, wo ich gerne short gehen würde. Warum? Auch hier lohnt sich der Blick, mit einem FIP-Level zu arbeiten. Ist einfach gang und gäbe und gefällt mir mit am besten. Da liegt hier oben das Golden Pocket eben bei der 1.274 US-Dollar-Marke. Passt perfekt mit unserer 1-Stunden-Supply, mit Ineffizienzen überein. Wir haben noch eine 4-Stunden-Supply auch da oben liegen. Also da kommt eine Menge Widerstand rein. Und das wäre für mich jetzt zumindest momentan der erste Punkt, wo ich sagen würde, okay, hier short die 1.230 nochmal shorten, würde ich einfach die Finger davon lassen, weil hier eben schon zu viel Liquidität rausgezogen wurde. Wir kontrollieren das mal ganz kurz mit dem Traders-Reality-Indikator. Aber nicht auf den 4-Stunden-Supply, sondern auch auf dem 1-Stunden-Timeframe, um uns die Psy-Range nochmal anzugucken. Wenn es laden würde, perfekt. Auch hier schön mit dem Vektor abgeholt worden, beziehungsweise ausgebrochen. Sehr, sehr gutes Zeichen. Trotzdem glaube ich, dass wir diesen möglicherweise nochmal holen, bei ungefähr 1.202 US-Dollar. Um eben einerseits den Vektor zu holen, andererseits um die Psy-Range nochmal zu retesten. Würde dann bedeuten, wir gehen hier nochmal runter, versuchen dann die 1.230 anzulaufen mit einem erneuten Retest und dann mögliches Breakout in Richtung 1.250 bis ungefähr 1.275 US-Dollar. Hier oben dann wäre dann so der Wochenplan, sage ich jetzt einfach mal so ungefähr bis Donnerstag, dass wir dann noch so ein kleines Doppeltop bilden und dann die Reise zum Ende der Woche wieder nach unten hin fortsetzen. Also das ist so momentan der Plan, den ich ein bisschen verfolge. Momentan zwei Positionen laufen ja noch von uns, zwei Long Orders, aber so diesen Plan. Wir hatten jetzt den ersten Push gegen Korrektur, zweiter Push gegen Korrektur und dann der dritte Push mit so einem möglichen Doppeltop hier oben in der Region, wo die Ineffizienz liegt oder das Golden Pocket. Würde meines Erachtens nach sehr, sehr gut passen. Und ja, das sind auch so momentan die Pläne. Wie gesagt, Take Profit 1 und 2 wurden bei beiden Trades schon erreicht. Dritten Take Profit hauen wir hier oben in die Region um 1.240 US-Dollar. Da werde ich aber später auch nochmal in die Telegram-Gruppe reinposten. Und ja, mehr gibt es zu Ethereum eigentlich meines Erachtens nach nicht zu sagen. Wichtig, dass wir hier diesen Retest halten bei den ungefähr 1.202 US-Dollar. Vielleicht, ich weiß nicht, ob wir noch einen dritten Long Trade aufmachen sollten. Weiß ich nicht. Würde mich mal eure Meinung interessieren. Sollen wir noch einen dritten möglichen Long Trade probieren hier in dieser Region oder nicht? Schreibt es gerne unten in die Kommentare rein. Würde mich mal eure Meinung. Aber ich finde halt, umso mehr Trades, desto mehr muss man halt wiederum steuern. Da bin ich halt nicht unbedingt Fan davon. Gut, dann Ripple. Keine Ahnung, was da heute Nacht passiert ist. Leider keine Orders getroffen. Ich traue halt immer noch diesen Short von letzter Woche hinterher, Leute. Wir hatten ja letzte Woche eigentlich den perfekten Short-Entry hier oben, der dann so minimal ausgestoppt wurde. Also, klar, ich sage immer, trauert nicht irgendwelchen Trades hinterher. Aber auch mit einem Dreierhebel wären das 75% hier unten gewesen. Aber gut. Ja, wir hatten auf jeden Fall einen radikalen Abverkauf. Warum, wieso, weshalb. Keine Ahnung, was da heute Nacht los war. Wahrscheinlich sehr, sehr viele Liquidationen. Wir haben sehr, sehr viele Stop-Losses hier unten sehr wahrscheinlich ausgelöst. Trotzdem, die Range, die wir hier gebildet haben, hält weiterhin. Wir hatten einen Close darüber, was sehr, sehr wichtig ist. Aber ich würde jetzt momentan hier erst einmal die Finger von irgendwelchen Long-Positionen halten. Wenn wir jetzt das FIP-Level ziehen, klar, sind wir jetzt genau hier ins Golden Pocket wieder reingekommen. Würde das aber momentan auch nicht shorten. Unten, klar, die Chance, dass wir hier nochmal runtergehen, absolut hoch. Wegen der Liquidität, wegen diesen ganzen Wig oder Schatten, der da unten noch sich zu befinden scheint. Aber das Risiko ist mir ehrlich gesagt zu hoch, hier irgendwie in den Short-Trade reinzugehen. Schön wäre es, wenn wir hier unten nochmal echt reinkommen in Richtung 0,30 US-Dollar sind. Wäre dann für mich eher eine klare Long-Position. Momentan noch keine Limit-Orders reinsetzen, bitte. Auch hier werde ich dann nochmal gegebenenfalls ein schönes Update dann geben, beziehungsweise noch einen kleinen Trade reinsetzen. Gut, das war es jetzt erstmal zu den Alt-Coins. Wenn ihr irgendwelche Alt-Coin-Münsche habt, gerne unten in die Kommentare reinschreiben. Ansonsten ganz kurz zu den News noch. Darum kauft Robert Kiyosaki aktuell Bitcoin. Nicht nur er, ich glaube viele von uns kaufen weiterhin sehr, sehr viele Bitcoin. Kann ich euch zumindest nur empfehlen. Nicht Spaß, No Financial Advice. Link dazu, beziehungsweise der Artikel befindet sich mittlerweile in der Talk-Gruppe. Gerne reinscheuen. Ansonsten schaut gerne bei Crypto Guru vorbei. Das war es dann von meiner Seite. Wir hören uns dann auf jeden Fall morgen wieder. Wie gesagt, wenn ihr Alt-Coin-Münsche habt, gerne in die Kommentare reinschreiben. Wir hören uns dann morgen früh wieder zu einem Update-Video. Bis dahin, Like da lassen, abonnieren, Telegram-Gruppe joinen. Das war es. Ciao, ciao und stay crypto. Ciao. Vielen Dank.